Musik 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 Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Süddeutschlandtour mit mir, der Max 12V. Ja, es geht endlich los! Die Süddeutschlandtour, wo wir in acht Tagen in acht Städte sind. Und zwar München, Augsburg, Ingolstadt, Regensburg, Nürnberg, Ulm, Stuttgart und Heidelberg. Der erste Tag heute ist München. Heute machen wir grundsätzlich mal alles erkunden, was München noch gibt. Und besonders versuchen wir die 420 von der S-München zu bekommen. Und der Regenbundinizee, der auch gleich kommen wird. Bezahlung. Ja, ich bin gerade in München angekommen. Und wir legen direkt sofort los. Viel Spaß mit der ersten Folge. Und los geht's! Musik 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 Die Bahnsteig ist in der Bahnsteig. 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 Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie bis zum Halt des Zuges im Aufenthaltsbereich des Bahnsteigs. Kreuznach Ah, lecker! Abfahrt 114 Abfahrt 114 Abfahrt 124 Abfahrt 124 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 1. 2. Rettung. 5. Ja, das ist bestimmt nicht, aber noch nicht. Ja, das ist bestimmt nicht. Ja, das ist bestimmt. 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 Das war's. Schöne Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020